Herzlich willkommen zu Weitblick, die Welt von innen. Aus Afrika hören wir hier in Europa meistens nur negative Nachrichten. Armut, Aids, Bürgerkrieg, diese Themen beherrschen die Schlagzeilen. Dass Afrika auch ein Kontinent der Hoffnung sein kann, das zeigte die Diskussion auf dem Kongress Treffpunkt Weltkirche, den das katholische Hilfswerk Kirche in Not in Augsburg veranstaltet hat. Sehen Sie jetzt den ersten Teil dieser Podiumsdiskussion. Erzbischof Charles Palmer Bouclet. Aus Ghana. Richtig? Er hat behauptet, er spricht kein Deutsch. You are right. Als nächstes begrüße ich Prelat Professor Dr. Obiora Ike aus Nigeria. Erzbischof Antonius Nagib, Patriarch der koptisch-katholischen Kirche von Alexandrien. Seine Seligkeit. Bischof Anbar Damian, Bischof der koptisch-orthodoxen Kirche für Deutschland. Applaus Bischof Alfons-Georger, Bischof von Oran in Algerien. Applaus Bischof Martin Igwe Uzu-Ku. Moment, Obi. Uzu-Ku. Nochmal. Uzu-Ku. Uzu-Ku. Applaus Aus Nordnigeria. Und Prinz Dr. Asfar Wossen Asserate. Wer kennt ihn nicht? Applaus Jetzt habe ich nur noch einen Platz frei. Hier stehen noch zwei Namen. Nehmen wir mal Pater Dr. André Halemba. Kirche in Not, Afrika-Referent. Applaus Und sie hat gesagt, ich bin im Hintergrund, aber sie ist verdammt wichtig. Jennifer Neuham wird übersetzen. Ich darf Sie jetzt bitten, uns ein Impulsreferat vom Podium auszuhalten. Ja. Das brauchen Sie nicht, aber bis dahin kriegen Sie nochmal einen Applaus. Applaus So, liebe Brüder und Schwestern, ich hätte gern wahrscheinlich auf Englisch sprechen können. Ich bin vorgestern aus Ghana hierhin gelandet und in zwei Tagen habe ich versucht, mein Deutsch so umgangssprach ein bisschen zu glänzen. Applaus Ich hoffe, dass ich kann alles so auf Deutsch ganz fließig erzählen. Zuerst möchte ich mich bei euch recht herzlich bedanken für diese Einladung, dass ich auch teilnehmen konnte und auch was aus Afrika wahrscheinlich euch anstecken können. Ein Herz für Afrika. Applaus Ich möchte mich so sehr auch bedanken bei Kirche in Not für alle Projekte, die aus Kirche in Not ja in Ghana und in Afrika sehr stark unterstützt wurden. Recht herzlichen Dank für alle und für die Menge, die Wohltäter von Kirchen in Not sind. Ich sage recht herzlichen Dank und für Girls Good. Applaus Der heilige Papst hat uns voriges Jahr empfohlen, dass wir sind eine Kirche, eine heilige katholische, apostolische Kirche. Und das heißt überall, entweder in Afrika oder Asien oder Deutschland oder auch in Amerika, wir sind eine Kirche. Und er hat uns, von uns verlangt, Gaben auszutauschen. Gaben auszutauschen. So, wir sind hier aus Afrika sehr stark vertretet. Ich merke, vom Norden bis Süden etwa 4.000 Kilometer lang und von Osten bis Westen etwa 3.500 Kilometer auch breit. Wir sind stark vertretet von Afrika. Ein berühmter Kirchelehrer, glaube ich, hat einmal gesagt, Ex Afrika semper aliquid novi. Ex Afrika semper aliquid novi. Das heißt, aus Afrika kommt immer was Neues. Applaus Und darum sind wir hier über Hoffnung von Afrika auch mit euch zu reden. Zuerst, ich möchte meine persönliche Fröhlichkeit als Afrikaner äußern. Und zweitens, was ich von Gott auch bekommen habe für unseren Kontinent. Und drittens, wahrscheinlich nur kleine, was in Afrika leider in Einführungszeichen schwarze ist. Und vierter, was uns in Afrika so viel Hoffnung gibt. Und wir hoffen, dass wir können diese Hoffnung auch der Europäer hier stark anstecken. Und dann am Ende ein Dankeswort. Okay. Ich möchte euch ein bisschen Besinnung machen und durch unsere Heilige Schriften durchblättern. Der heilige Petrus hat uns auch empfohlen und ich lese drittens Kapitel Abschnitt 15 bis 16. Sehr, sehr klein. So sagt er. Sondern, haltet in eurem Herzen Christus, den Herrn, heilig. Seid stets bereit, jedem Rede und Antworten zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt. Für uns in Afrika, wir haben sehr, sehr große Freude und das ist wahr. Zuerst, der liebe Gott hat Afrika auch wie alle anderen Kontinente geschafft, oder nicht? Und wie in der Bibel, man liest es und wir sind stolz darauf. Der liebe Gott schuf und sah und es war gut. Und ich möchte das nochmal betonen, dass Afrika als Kontinent war auch vom lieber Gott geschafft worden. Und er sah doch, dass Afrika ein gutes Land, sehr guten Kontinente ist. Das ist wahr. Dann sind viele manchmal auch ein bisschen überzeugt.